21 auf mann heute wieder zusammen und ohne auch sie da kommt auch um an die ich komme nicht drauf also her wie du kommst du soll ja aber bei mir steht das doch vorher ja kann ich ja nicht wissen ja bleibt drauf ich muss einfach nur dein game neu starten ich hoffe nee da müsste ich auch ob es neu starten eigentlich i don't know wo dein game start ist doch weiß da manchmal nicht registriert ist ich hoffe es einfach nur einmal auf das spiel klicken dann wieder runter und dann wieder im spiel gehen dann ist es nur wf weil ich kein bock start ist drauf sehr gut hat man sagt dass du es gut muss immer dabei eben nach vor wie bist du runtergegangen schmatter wenn es funktioniert also ich komme nicht auf den server drauf hast du spiel neu gestartet ja ja ich warte kurz ähm mhm oh mein gott ich hab halt null an oder ich schick die warte ich schick sie in den channel ja ich weiß ja den Rest der IP nicht warte kurz ich kopiere mir den ja auch raus was sie reingeschickt haben jetzt wächst mal töd ich euch kann keiner nicht tauper denn auch wieso äh wertgeschrieben kommt auch nicht drauf ich schalte mal kurz vorkstern nein das hat nichts mit vorkstern vorkstern ist nicht vorkstern aber stimmt auch wieder jetzt haben wir dann meiner schon drauf ich war eben ohne mich würde hier gar nichts laufen das ist mein packen mein server ich komme immer noch nicht drauf die IP muss zu tausend prozent die ich an diesen channel geschickt habe die geht zu hunderttausend prozent dann liegt dann dein pc manchmal liegt halt am server aber die IP muss zu tausend prozent versuch mal schnell slat ich hab einen spawner glaube ich da kann nichts machen warum ach so ich hab ja alles glaube ich sogar ich hab zwar das Zeug aber ich hab noch keine Bücher oder so müssen ja ja ich hab ein paar aber wir müssen ja viel übrig lassen oh jungs ich holen ja ich komm drauf guck sag ich es doch also ja ich hab vier Bücher bitte brauchen ich hab auch sie ich hab ein spawner ne ich hab fünf Bücher für auch sie solltet euch die 10er teilen ja also ich hätte noch vier Bücher schlatter ja lass halt da noch irgendwas ausbauen ja bei der half port 3 äh 3 teile ich hab auch noch drei port 2 ich hab eine ich hab eine blaze wird wie viele soll fahren äh 4 4 4 so ich bin hier unten ja eigentlich reichen zwei ich hab ja ich hab noch drei port 2 bücher ich kann zählen äh 1 oder 2 machen weil ich hab und 1 bücher oh fuck bei mir ist ein äh 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 ich hab nicht mal laufe scheiße ich hab einen zweiten spawner Leute ich brauche die spawner danach ne damit kein anderer die scheiße gekriegt den ersten hab ich abgebaut warum ich jetzt an den mann jetzt fabian gehen und wo hä und wo schießt die scheiße auch nicht also die netherwarzen haben wir jetzt noch oder oder irgendwer von euch die netherwarzen ich hab die ich hab 15 netherwarzen das heißt irgendwer anders hat wahrscheinlich auch noch hier kurz nix also von uns also nicht von uns wahrscheinlich andere spieler ja weil irgendwer muss ja seine sachen mit drauf haben gibt irgendwie keinen sinn sonst ich mein da war die kiste da war wahrscheinlich ein pfeil oder so genau ich hab jetzt 3 reicht es 3 wird reichen weil so schiss das hier irgendwer noch ist ne die cobblestone sind am liebsten spieler ich fahr mit einfach zuviel level wie ich kann in der zeit dann hat nichts zu machen ich hab keine nase und so ich komm gleich ich versorge euch uns ähhhh ja das war's mal wieder komplett ja ich komme jetzt einmal zurück meint ihr wir werden mehr als fünf zimmer brauchen 15 15 mal 3 weil es alle brauchen macht das reicht absolut mir gab es auch da als inspekt der ist ich komme jetzt zurück na wir treffen uns da wo wir uns getrennt haben ok ja genau wo ist jetzt farbi weiß ich nicht wer redet mich ja 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 wer wegt er sich er ist auch nicht in game schnitzel ich habe keine achten ich hab dir einen schart ich hab mir einen schart ich hab mir einen schart ach ich hab selber jetzt den können wir den schart oh ich bin gerade für schartig auch sehr einfach für ja, ich hab 20 Level, wir können den schon komplett ausmachen Ja, ich bin wieder da Ja, Bruder, beeiligt mal Ja, ich bin gerade getimed Man hat's gemerkt Schau mal, ich hab kein Laufens, ich hab 20 Level Ja, man kennt's Okay, und ich hab 3 Bladesdienste, das reicht, oder? Ja, aber fahr mal am besten noch eins Nee, ich hab's nicht so, ich hab's nicht so abgebaut Stören über das Zeug, das ist viel wichtiger Ja, aber ich glaub Ja, hier war aber schon weg, mir ist definitiv schneller Ja, vielleicht hat die keine Sachen Ja, ich hab's gehört Äh, wo bist du jetzt, Schnatur? Ich glaube, bei Lara Geyers Aufnahmen waren Pots Ich weiß nicht, kann man Pots kriegen, wenn man Mops bildt? Ja, kann man Achso, du wolltest zu groß Oder irgendwas Ich glaub, wenn man die Witch spielt Junge, ich hab nur noch einen Pots Rauchst du? Ja, ja Jungs, ich komm jetzt zu euch und dann gehen wir raus aus dem Moppa Maybe können wir die ja falten Und wir können, wir können dann halt die Pots machen Ich weiß halt null von Pots Ja, ich bin glaub ich der Typ, der am meisten von Pots weiß von uns Äh, ich hol mir kurz Level Können wir nur heilen? Ist nur Heilung erlaubt? Ähm, keine Ahnung, müsste man nachgucken Was? Nachfragen, ich frag Lara Geyer Ich hab drei Protektion wieder Ich fahrs aber alles auf Protection Wenn bei mir project nicht angezeigt wird Und dann mach ich eine Äh, Eisenschwert und fahrs aber das auf Level äh Das Ding ist, ich hab nur ein Schab 3 Oder, ne Schab 4 glaub ich nicht, Schab 3 Eisen Ja, wir haben Schab 4 ja, aber das passt schon Ja, dann können wir dir noch schnell ein Schab 3 machen, hier auf 15 Level Ja, dann mach mal Ich hab zwar nur drei Laufs, aber Ja, ich komm mit 24 Laufs Schab 4 Eisenschwert hab ich, ne Jetzt kann ich das nicht verzaubern, das ist scheiße Warte, ich komm schon, ich bin gleich da Wo seid denn die ca? Minus 300, Minus 70 Minus 300, oh Leute, ich komm gleich wann was Minus 300 bin ich schon fast, aber Minus 60 Ich hab grad überlegt, ob ich ein Ding hätte, ein Pick-Man Ne, ich mach mir jetzt ein Prodreiter Insofern, wenn wir das machen, Aus mit den Büchern Ach so, ich hab' nicht für mich selber nehmen, oder was? Eigentlich schon, also I don't know Ja, komm hier, hab ich gesagt Warte da vorne, komm Ich hab doch gesagt, wir haben 20 Bücher So, 10 hab ich noch mitgeteilt, ich bin weggegangen Nein, also, ich hab noch ein Prodreiter übrig, wenn das einer braucht Nö, ich brauch's nicht Ein Prodreiter 2, mach die erst mal Ja, lass einfach, heb's einfach auf Hast du noch Lapis, oder irgendwas? Ja, ich hätte noch Lapis Dann schmeiß man noch was würde Dann stell aber noch mal auf, der Mist Hier ist schon wieder ein Koppelsturmweg Ey, hast du Strings eigentlich? Nur einen? Ich ja, 8 Stück Jo, ich hab ein paar 2 Bogen halt auch, schon Also, ich hätte für dich jetzt noch ein Schadens 1 Schwert Du musst, ich hab kein Food mehr Okay, da komm ich hab was Ja, ich bin auf dem Weg Ja, ich bin auf dem Weg Da sind meine ganzen Lachen verbollert, aber bis da kommt Ja, ich brauchst du einen Schadens noch Schnapp-Turm Ich komm dir entgegen mal kurz Äh, wirst du wo ich bin? Ja, ich weiß so ungefähr wo du du lang bist Ne, ich bin, ich bin grad auf der anderen Seite Ich sag mal deine kurz Äh, ich bin, ich bin gleich da Da vorne, ich seh euch Wobei, ich stell noch mal kurz ein Ammer hier Äh, wo bist du da daheim? Jois Äh, hier, braucht noch ein Eisen Eine, ja, ich hab Eisen Bruder, wie viel habt ihr gefahren? Ich hab ein bisschen gefahren das hier Äh, kann mir einer von Warte, ich mach Kann mir einer von Warte, ich mach Kann mal irgendein Ammer ausstellen, bitte? Ja Ich mach mir vor 3 Chests Ich mach mir jetzt einfach ein Lab Ja, ich hab vor 3 Chests und bin halt vor 2 Äh, ja, hier, warte Ich hab keinen Lab Ich hab zwei Labels Wir müssen halt jetzt am besten rausgehen Äh, Tops und sein Gap Maxi bitte Ich kann das Buch, warte gleich Mach mir das auch mal mit jedem Warte gleich Ich mach mir noch kurz auf 2 Z and the left, again So ich hab Schärfe 2 einschwer Warte mal, ich hab noch Hast du noch einen Schärfe 2? Ich hab zwei Schärfe 2 schwerer Hat Auxi schon Schärfe 4? Mh, nein Dann behalte du 1 für Auxi Ich glaub schon mal Richtung Sporn Leute Du chill mal No, warte, chill doch Ich hab noch gleich Schärfe Äh, 4 Warte, wie viel kostet 2 Schärfe 3 jetzt? 10 10, ok Dann brauch ich halt Soll dir musst du minus Keine Ahnung was minus Keine Ahnung Wir müssen zu 0,0 Puh, meine 0 ist ja Never Sporn Glaub ich Aber mein Essen geht mir langsam aus Ja, ich hätte noch was aber Aber Auxi noch was hat Mit der anderen Frage dann Ach, Level Das ist irgendwie die Raten von der Decke Ist aber so Von Ja, ich hab hier genug Hier ist nur Riesenquelle In einer Quelle bin Klasse 10 geworden In der Bezellen Ich laufe mal Richtung Portal und warte auf euch da Jo Ihr müsst praktisch nur geradeaus durch Ja, ich weiß nicht Von der Lava wegkommen Ja, ich weiß nicht Leute, ihr müsst irgendwie von der Lava wegkommen Jo 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 Abfuck Ihr müsst aufpassen bei nur 0 greifen euch die Pickern Warum? Weil da Leute welche die Pickern geschlagen haben Schade Kann ich jetzt kurz ne Runde Bruder, ich brauch ein Nase oder Jo, ich weiß nicht wie ich wegkommen soll Oh, Graz Okay, ich geh jetzt Warte, bist du das? Oh mein Gott Äh, so ich bin jetzt brutal also Okay, komm, warte Wir kommen jetzt Also ich bin fertig Ja Ich weiß nicht, brauchst du noch mal Äh, nimm die mal mit Nimm die mal mit Ist da noch was? Ja, aber nimm die Kiste mit Ja, die hab ich auch gebraucht Ne, schade Ja, dann kommt Kann man Speed machen? Nein, ist verboten Sure Jo Ich hab gerade Gott gefragt Das ist ein Freund von Vox da So ist Gott Gotti gefragt Also es sind nur 3 Teams drauf übrigens Ich bin übrigens halb vor 3, ne Jo Äh, jetzt komm, jetzt komm schnell Wir könnten jetzt noch Wir könnten einfach gleich nochmal join Wenn ich jetzt noch kommen würde Können wir den Easy Äh, 4 gegen 3 machen Ja Wir haben halt noch einen Jungs Ich brauch Block Bau mal so ein Weg Dass wir zum Portal kommen Ich hab einen Weg zum Portal gebaut jetzt, Leute Ich seh da vorne schon was Ich glaub nicht Ja, das kann nicht gut gewesen sein Nee, der kommt aus anderen Richtungen Ich glaub das war ich Ja, das war ich Ja, ich hab ein Seppler Das ist von mir Okay, also wir können Apfel fahren Und Essen Ich hab gar nichts mehr Ja, ich hab noch Warte, hier Komm her Äh, dann Da hab ich noch Blöcke Ich brauch halt auch Blöcke Flaschen geben Hier ist wieder Traum Wir werden in 30 Uhr Maxi Ja, ihr Ich hab noch 6 Minuten Ja, 6 Minuten Ja, weil ich ja getarnt bin Bruder Dann können wir aber noch nicht rausgehen Soll ich kurz raus? Nein, geh nicht um Nee, die scamm wahrscheinlich nicht bei nur 0 Ständig fahren die noch, oder? Wo sind die da vorne? Hier ist es total Da Jungs, wir kämpfen Moin Was soll ich machen? Sonst was mit der Wolle Wissern Ich hab noch 6 Minuten Oh, kannst noch einen Punkt Einspruch machen Doch, versuch noch ein bisschen was Oh, ne, ja, dann sind schon was Weiß ich, ne Ja, fahr mal rausgehen Ich glaub nicht, dass die da kämpfen Ey, hast du am Boss? Geht nicht, Junge, geht nicht, geht nicht, geht nicht Geht nicht Ja, dann, ich fahr mal Level an den Pigment Ja, fahr mal Level an den Pigment Ja, fahr mal, sonst fahr an Level Doch, fahr an Level Mach so 30 Sekunden, wenn ich weg bin, kannst du nicht so 30 Sekunden machen Ich hitte einen Wenn du einen hittest, mach ich hoch Ich setz dich in Lava, ich schwör's dir Brauch dich hoch Ich hab was Oh, Junge Ich hab was Ich hab was Ich hab was Ich hab was Ihr seid wichser Wenn ihr dir jetzt echt geltet hat, boxig Ja, hab ich, Lul Du, Basta Junge, die greifen uns jetzt dauerhaft an, wenn wir das So ein Dummkopf Nee, ich hab die noch nicht geltet, die hittet dann, wenn ihr werdet Und jetzt bin ich weg Nein, hör auf Hör auf Hör auf PYT